Schlüssel und Türschlösser sind für Kleinkinder wahre Erkundungsparadiese. Hier wird geduldig ausprobiert, wie sich ein Schlüssel abziehen oder im Schlüsselloch herumdrehen lässt. Schnell haben Kinder auch das Absperren auf eigene Faust gelernt. Schaffen sie es nicht, die Tür wieder eigenhändig zu öffnen, folgen daraufhin nicht nur für die kleinen Minuten der Angst. Auch die Eltern geraten in Panik. In diesem Fall ist schnelles Handeln gefragt. Meist hilft dann nur noch das gewaltsame Öffnen der Tür. Um dieser Situation vorzubeugen, liefert Reha mit dem Keyfix einen cleveren kleinen Helfer, mit dem sie alle gängigen Innentürschlosssysteme auch von der anderen Seite öffnen können. Der Keyfix lässt sich leicht montieren, ist funktional und universell einsetzbar. Für die Montage entfernen Sie den Türbeschlag und gegebenenfalls die Klinke auf der Türaußenseite. Um die Montage zu vereinfachen, können Sie die Schrauben vorab so montieren, dass Sie den Schlüssel heimleicht berühren. So müssen Sie sie später nur noch festziehen. Führen Sie den Schlüssel ein und setzen Sie den Keyfix von der anderen Seite auf den Schlüsselhalm. Die vier Matenschrauben fixieren Sie mit dem beiliegenden Inbusschlüssel. Um die Schrauben festziehen zu können, drehen Sie den Schlüssel einfach um 90 Grad. Der Schlüssel wird durch den Keyfix verlängert und steht auf der anderen Seite leicht aus dem Schloss hervor. Es ist weiterhin ein ganz normales Absperren und Aufsperren möglich. Der Unterschied ist, dass man nun von außen das Schloss ganz einfach mit einer Münze oder einem anderen flachen Gegenstand öffnen kann. Zusätzlich bleibt der Schlüssel sicher verankert, kann nicht abgezogen werden und geht nicht verloren. Das war's. Das war's. Vielen Dank.